Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde PHP. Heute geht es um das sichere Speichern von Passwörtern Part 2. Es ist enorm wichtig, dass ihr beide Parts geguckt habt. Das letzte Mal haben wir sozusagen das gemacht, was man auf jeden Fall machen sollte. Dieses Mal machen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr für unsere User und zwar sagen wir, wir speichern eure Passwörter wirklich richtig gut. Nicht nur gut, so wie letztes Mal. Letztes Mal haben wir gesagt, wir berechnen uns einfach den Hashwert davon, also den kryptografischen Hash davon. Ihr müsst nicht verstehen, wie das funktioniert. Alles ganz gut. Sondern ihr müsst einfach nur berechnen und machen. Und das ist schon mal der erste Schritt, dass man nicht einfach das Passwort im Klartext lesen kann. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo wir wirklich eine große Datenbank haben und da sind viele Benutzer drin. Oder, auch keine so große Datenbank, da kommt es auch mal vor, dass zum Beispiel zwei User dasselbe Passwort haben. Nämlich das Passwort, das Passwort Passwort, wie ihr, wenn ich jetzt noch tippen könnte, was ist denn heute los? Das Passwort Passwort. Das ist ein enorm häufiges Passwort. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute so ein furchtbares Passwort wählen. Wenn ihr jetzt auch merkt, dass ihr so ein Passwort habt, dann solltet ihr dringend eure Passwörter ändern. Wirklich sehr dringend. Naja, auf jeden Fall, was passiert ist, wenn jemand eure Datenbank in die Finger bekommt, und das passiert leider häufiger, als man denkt. Zum Beispiel, möchte man ja auch vor den eigenen Mitarbeitern schützen. Also, wenn die Mitarbeiter da sozusagen diese Datenbank irgendwie administrieren müssen oder sowas, und sie lesen die Passwörter dann vielleicht, oder sie sehen einige Hashes von diesen Passwörtern. Naja, dann ist es enorm leicht, aus zum Beispiel dem Hashwert davon, sagen wir einfach mal, wir haben dieses Passwort hier mit SHA256 gehashed, dann kommt das dabei raus. Und zwar jedes Mal. Das ist uncool, weil dann werden logischerweise zwei Leute, die dasselbe Passwort hier haben, auch denselben Hashwert davon haben, denn der ändert sich ja nicht. Und das ist vielleicht nicht ganz so sicher, wenn wir das so machen. Das bedeutet, wir werden diesen Hashwert hier, wenn wir die Passwörter mit SHA256 irgendwie hashen, werden wir sehr, sehr häufig diesen Zeichenstring hier finden. Noch schlimmer, wenn wir einfach nach diesem Zeichenstring hier googeln, dann können wir höchstwahrscheinlich einfach so zurückgerechnet bekommen, dass das hier das Passwort ist, also das hier bei rauskommt. Also Passwort mit T hinten geschrieben. Weil eben schon mal jemand auf die Idee gekommen ist, haha, das ist ein häufiges Passwort, das berechne ich einfach mal vor. Und stelle es online, weil dann viele Leute dieses Passwort angucken. Ja, was wir deswegen machen ist, wir machen ein Salz mit rein, also Salted Passwörter. Das ist tatsächlich, bezieht sich auf Salz, äh, von gesalzen und gepfeffert so ein bisschen. Naja, egal. Auf jeden Fall, was wir dann machen ist, wir sagen, wir hashen nicht Passwort, sondern wir hashen Passwort, aber wir haben sozusagen noch einen geheimen Schlüssel, in Anführungszeichen, für unsere Hash-Funktion. Dieser geheimen Schlüssel ist jetzt nicht wirklich geheim, es ist halt einfach ein Schlüssel. Und was dann bei rauskommt, ist irgendwas komplett Zufälliges. Ich nehme jetzt einfach mal das hier als Beispiel. Das ist jetzt einfach irgendwas Zufälliges. Und wenn ich dasselbe Passwort nochmal hashe, mit irgendeinem anderen Salz, also sprich Schlüssel für meine Hash-Funktion, dann kommt irgendwas anderes komplett Zufälliges raus, was eigentlich nichts mit dem anderen Passwort hier zu, oder mit dem anderen Hash-Wert zu tun hat. Das heißt, zwei Nutzer mit dem selben Passwort haben offensichtlich nicht den selben Hash-Wert, weil sie einen anderen Salz benutzt haben, also einen anderen Salt. Und das ist ziemlich cool, denn jetzt muss jedes Mal, wenn ein User oder wenn irgendein Angreifer eure Passwörter knacken möchte, dann muss er für jeden User diese komplette Passwort-Crack-Aktion durchlaufen lassen. Und er kann nicht einfach sagen, haha, ich probiere für alle Nutzer auf einmal alle Passwörter aus und schaue einfach jedes Mal in der kompletten Tabelle nach, ob ich jetzt vielleicht von einem Nutzers Passwort geknackt habe. Das geht jetzt nicht mehr, weil jeder User bekommt seinen eigenen Salz mit rein. Und das ist ziemlich geil. Gut, so, jetzt natürlich zur Praxis, wie wollen wir das Ganze anstellen? Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten in PHP. Wir haben einmal die Möglichkeit, dieses wunderbare Passwort hier einfach mit der Passwort-Hash-Funktion zu berechnen. Also wir sagen jetzt hier einfach, wir schreiben uns eine neue Variable, $hashed ist gleich, und dann sagen wir Passwort-Hash von, naja, von was? $password. Und hinten dran müssen wir einfach nur was angeben. Das ist so eine konstante Passwort, entweder bcrypt oder default. Wir nehmen hier default. Und das bcrypt ist ein bisschen verwirrend, weil das hier benutzt auch bcrypt, aber wir sehen, wir haben hier überhaupt kein salt mit angegeben. Normalerweise müssten wir jetzt hier hinten dran noch irgendwie, dies ist mein Salz und Pfeffer angeben oder sowas, müssen wir hier nicht machen, weil das Ganze, diese wunderbare Funktion, berechnet euch automatisch noch den Salz mit. Das bedeutet, am Ende habt ihr in eurem Dollar-Hashed im Prinzip sowas drinstehen wie Hashwert von eurem Passwort und direkt hinten dran kommt noch mein persönlicher Salz sozusagen. Und wenn ihr das Ganze wieder berechnet, also direkt nochmal von demselben User dieses Passwort eingeben lasst, dann berechnet euch das dasselbe Passwort wieder. Das ist das Coole dran, also der Salz, der wird irgendwie direkt gleich berechnet. Und wir müssen das Ganze aber dann auch mit einer speziellen Password-Verify-Methode überprüfen, das werden wir gleich tun. Jetzt kurz zu bcrypt. Der Algorithmus, der hier benutzt wird, ist ein möglichst langsamer Hash-Algorithmus. Warum möglichst langsam, das ist doch total bescheuert. Nein, ist es nicht. Wenn jemand einen Brute-Force-Algorithmus laufen lässt, dann braucht das Leistung und Zeit. Und durch einen sehr langsamen Algorithmus braucht das mehr Zeit. Und die hat der eigentlich nicht, der Angreifer. Sprich, was der braucht, ist möglichst schnellen Algorithmus. Und das geben wir ihm natürlich nicht. Wir sagen, haha, du musst noch viel länger Passwörter cracken. Und deswegen hat er dann früher oder später keinen Bock und gibt auf. Das ist sozusagen das Ziel dahinter. Okay. Also das könnt ihr jetzt hier einfach sozusagen benutzen. Wir machen jetzt erstmal hier, nee, wir machen das nicht so. Wir machen eine Vardump von $hashed. $hashed. Und gucken uns an, was da gerade so passiert ist. So, wir sehen, Vardump gibt uns nicht nur diesen Wert hier aus, sondern gleichzeitig noch den Typ der Variable. Sprich, ein String mit 60 Zeichen. Und das ist das Ergebnis von diesem String. Und ja, wenn ich das jetzt nochmal berechnen lasse, dann kommt was anderes bei raus. Ist das nicht toll? Es kommt immer was anderes bei raus, weil sich eben dieser Sort ändert. Aber das Passwort ändert sich gar nicht. So, jetzt das Wichtige ist natürlich, wir müssen irgendwie schauen, dass wir dieses Passwort überprüfen können. Denn wenn wir jetzt hier ein gehashedes Passwort haben, was jedes Mal einen anderen Hashwert berechnet, haben wir ein Problem. Dann können wir es nicht einfach so überprüfen. Dann müssen wir was anderes machen. Und was wir dann machen, ist folgendes. Wir sagen, wir nehmen die Passwort-Verify-Methode und da wir in diesem Hashwert drin gleichzeitig noch unseren Salz irgendwo drin stehen haben, wo weiß ich jetzt gerade selber nicht so genau, ich nehme an, irgendwo vorne, irgendwo zwischen den Dollarzeichen oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir eine Passwort-Verify-Methode und die benutzt das Salz, berechnet den Hashwert nochmal neu und überprüft dann das Passwort. Das heißt, wir sagen hier, if Passwort, ähm, Passwort, äh, nein, halt, stopp. Passwort-Verify-Methode, und hier kommt als erstes Dollar-Passwort rein, also das Passwort, hier steht es auch schon, und als nächstes kommt der Hashwert rein. Das heißt, wir sagen hier, Dollar-Hashed. So, wenn die gleich sind, dann können wir irgendwas machen, wie zum Beispiel einfach ausgeben, echo eingeloggt oder sowas. Also so überprüft ihr dann sozusagen eure Passwörter, also so berechnen, jedes Mal kommt was anderes bei raus, und so könnt ihr das Passwort überprüfen. Ist das nicht toll? Das ist wunderbar. Okay, ähm, wie gesagt, der große Trick ist dabei, für jeden User muss von vorne nochmal berechnet werden, diese ganze Tabelle über die Passwörter, und mit diesem langsamen Hash-Algorithmus dauert das einfach ewig, das Ganze zu Bruteforcen. Ähm, wenn euch Hacken und so weiter mehr interessiert, und ihr euch für diese Passwörter hier sehr interessiert, dann kann ich euch empfehlen, ähm, meine Kryptografie-Playlist, und, ja, wir haben es ganz kurz ausgegeben, es hat funktioniert, also das heißt, wir sind eingeloggt, ähm, meine Krypto-Playlist, da geht es noch ein bisschen mehr in die Hash-Funktion rein, wie das Ganze funktioniert, und, ähm, die Hacken-Playlist natürlich auch. Gut, ansonsten hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen, und ihr könnt jetzt euren Usern das höchste Maß an Sicherheit bieten, was ihre Passwörter angeht, und, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.